Wie sieht so der klassische Weg von einer Ein-Mann-Agentur zu einem richtigen Business aus? Ja, nach meiner Definition wäre es ein Unternehmen, wenn es auch ohne den Inhaber funktioniert. Also ab dem Zeitpunkt, das heißt, du musst alles an einen Punkt bringen, wo andere Menschen, die nicht du sind, alle Aufgaben, die nötig sind, dafür, dass eine gute Leistung Kunden erbracht wird und Kunden da sind und kommen und bezahlen. Also der Austausch von Geld gegen Leistung, dass der reibungslos funktioniert, von vorne bis hinten. Wenn das andere Menschen außer du machen können und du bist der Inhaber, dann ist das für mich ein Unternehmen. Und bis dahin musst du die richtigen Menschen finden, die diese Aufgaben erledigen können und diese Menschen so einführen und anführen und motivieren und anheizen, dass sie das auch tun permanent. Und dann funktioniert es auch halt nicht immer reibungslos, weil wir Menschen sind halt nicht frei von Reibung. Wir sind halt gerne auf Konflikt und Krawall aus und immer Fehler finden und irgendwas passt nicht und hast du nicht gesehen, sonst wird uns halt langweilig. Aber dafür holst du dir dann auch einen Geschäftsführer, jemanden, der das Geschäft dann nachher führt komplett. Und das ist halt ein spannender Weg, den zu gehen von, man ist alleine, man arbeitet mal mit den ersten Leuten zusammen, wer passt, wer passt nicht, dann arbeitet man jemanden ein, dann geht der. Und immer wieder, wie ich vorhin schon gesagt habe, du stellst dir Fragen, kommst zu Erkenntnissen, stellst dir wieder neue Fragen, kommst zu Erkenntnissen, wieder neue Fragen und dazwischen immer wieder Handlungen. Und immer wieder sitzt du aufs Neue da und hängst, oh, hätte ich das schon vorher gewusst. Boah, oder hätte ich das vorher schon anders gemacht oder früher verstanden oder hast du nicht gesehen. Und ob du jemals an den Punkt kommst, das perfekt zu machen, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Na, aber das ist so der Weg, wo es hingeht und der bedarf halt wieder Menschen und Zeit. Können wir eigentlich häufiger machen. Hast du da eine Erfolgsstory von einem Kunden, der auch schon an diesem Punkt angelangt ist? Ja, also da fällt mir jetzt zum Beispiel nur der Christopher Funk ein, aber der hat jetzt keine Agentur gegründet, in dem Sinne, sondern der hat halt seit 20 Jahren eine eigene Firma. Das Xenagos, die sind ein Headhunter beziehungsweise Personalrecruiter und er hat zusammen dann mit Heiko Bauer die Human One gegründet und ich schalte halt für beide Firmen die Ads. Also das heißt, die sind meine Agenturkunden. Und Chris hat halt den Heiko dazugeholt, damit Heiko nachher der Geschäftsführer ist. Das heißt, Chris ist eigentlich nur strategisch in der Firma drin, mehr oder weniger nicht operativ. So, das heißt, er hat es in dem Sinne geschafft, noch eine weitere Firma, ich glaube, der hat auch ein paar andere weitere Firmen noch, in denen er halt strategisch nur drin ist und als Investor und als Gesellschafter und halt nicht operativ in dem Sinne. Ansonsten die meisten anderen Jungs und Mädels, mit denen ich zu tun habe, die sind alle irgendwo noch als Geschäftsführer mit drin, beziehungsweise in anderen operativen Tätigkeiten mit drin, weil wir auch alle größtenteils noch so im Saft sind, dass halt keiner hingeht und sagt, ja, ich habe jetzt keinen Bock mehr, nichts zu machen. Auch wenn es damit jetzt nichts zu tun hat. Aber man hat trotzdem immer noch Lust, was zu tun, was zu machen, Gas zu geben und irgendwie noch größer zu peitschen mit der eigenen Kraft, statt das jetzt von jemand anderem halt einfach laufen zu lassen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal.